Mit folgenden Schritten kannst du den Gold-Kurs sehr einfach in Microsoft Excel automatisch importieren. Bitte beachte bei dieser Anleitung sehr genau, welche Schritte ich durchführe, damit am Ende kein falscher Kurs in deiner Excel-Arbeitsmappe auftaucht. Ich habe uns dazu ein Beispiel vorbereitet. Wie wir hier sehen, haben wir sozusagen in dieser Tabelle zunächst das Instrument, welches uns der Gold-Kurs entspricht und in der zweiten Spalte den entsprechenden Kurs in US-Dollar. Wir werden diesen US-Dollar-Kurs dann in Euro umrechnen, aber so viel sei gesagt, man kann auch die Änderungen im Prozent sowie die letzte Handelszeit mit anzeigen lassen. Beginnen wir nun mit dem ersten Schritt, um zwar das richtige Instrument auszuwählen. Dazu starten wir ein neues Arbeitsblatt und werde zunächst in die Zelle B4 Gold einfügen. Als nächstes müssen wir nun diesen Namen, diesen Ticker oder diese Zelle entsprechenden Datentyp zuordnen. Dazu wechseln wir im Menü auf Daten und dort selektieren wir in Aktien konvertieren. Nun haben wir eine Möglichkeit der entsprechenden Aktien. Sehr bekannt ist die Barrick Gold. Wir wollen aber den Gold-Kurs. Das bedeutet, wir müssen sehr genau achten, dass wir den Gold-Future-Preis nehmen. Diesen finden wir in dieser Auswahl bei weitere Ergebnisse anzeigen. Ich klicke darauf und scrolle diese Liste nochmals nach unten und habe hier den Future-Preis. In diesem Fall wird dieser als Zukunft automatisch übersetzt. Es sei wichtig zu erwähnen, wie gesagt, dass es hierbei um den Gold-Future-Kurs handelt. Ich wähle diesen aus, bekomme hier noch die letzten Informationen, wie Kategorie, dass es sich dabei um ein Metall handelt, dass dieser in US-Dollar geführt ist und dass auch die letzte Handelszeit 18.10 Uhr vom heutigen Tag ist. Ich wähle das aus und habe nun den ersten wichtigen Schritt erfüllt und zwar, dass ich das richtige Instrument ausgewählt habe. Nun kann ich über diese kleine Box hier Daten einfügen klicken und entsprechend den Preis ausgeben lassen. Ich kann auch Änderungen im Prozent oder auch die letzte Handelszeit auswählen. Als Stütze schreibe ich mir hier noch die Überschriften und formatiere das entsprechend als Tabelle. Setze den Haken mit Überschriften. Als nächstes möchte ich nun den Gold-Kurs in Euro-Notierung. Dazu werde ich nun den US-Dollar in Euro angeben und muss auch diesen entsprechend als Währungsdatentyp konvertieren. Ich wähle das aus und erhalte nun entsprechend den Währungskurs. Ich setze hier noch das Zahlenformat entsprechend und erhöhe die Dezimalstelle. Nun können wir den Gold-Kurs einmal in US-Dollar und einmal in Euro ausgeben lassen. In US-Dollar benötigt es keine Umrechnung und ich kann diesen sofort verwenden. Bei der Umrechnung in Euro verwende ich den Dollar-Kurs und rechnen wir noch den entsprechenden Währungskurs dazu. Zu guter Letzt setze ich noch die Formatierung und erhalte nun entsprechend den Gold-Kurs einmal in US-Dollar und einmal in Euro. Ein wichtiger Hinweis, wenn ich nun auf eine Webseite, beispielsweise gold.de, nachsehe, wie denn der aktuelle Goldpreis zum Dollar notiert. Wie hier zu sehen, haben wir den Goldpreis in Euro und den Goldpreis in US-Dollar. Dieser weicht nun von unserer Ausgabe in Microsoft Excel ab. Wie wir sehen, beträgt der Goldpreis in US-Dollar 1918 US-Dollar und in unserem Fall beträgt er 1932 Dollar. Wie lässt sich nun dieser Kursunterschied erklären? Sehr einfach, und zwar, dass es sich hierbei um den Kurs von der Handelszeit 18.10 Uhr vom heutigen Tag handelt. Und auch auf der Webseite ist der Stand von 20.24 Uhr. Genauso ist es zu betrachten der Währungskurs. Dieser ist vom Zeitpunkt 18.22 Uhr. Wenn ihr also eine sehr in Echtzeit Kurse benötigt, dann ist hier die Ausgabe sicherlich das Falsche. Wenn du aber einen Goldkurs über den Tag verteilt als Richtwert ausgeben möchtest oder für die Berechnung, dann ist das mit Microsoft Excel das absolut richtige Instrument dazu. Und du kannst dir sehr schön ein Portfolio oder auch andere Analysen damit erstellen. Wie du siehst, kannst du mit Microsoft Excel mit dieser Vorgehensweise sehr einfach den Goldkurs dir ausgeben lassen. Wenn du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.